Hallo YouTube, wie geht's dir denn so? Ich bin Sarkun und ich gucke mir heute zusammen mal mehr ein Video an. Ich dachte mir, wir zwei, wir verbringen so wenig Zeit miteinander und deshalb machen wir uns jetzt einen schönen, wahrscheinlich Sonntag, ich weiß es nicht, zusammen auf dem Sofa. Nur du, ich, unsere Kuscheldecke und Klängern. Das ist doch geil, oder? Da freuen wir uns drauf. Auf dieses Video, was hat der WM-Boykott wirklich gebracht? Das ist eine spannende Frage, die hier wieder aus dem SM7B Gaming Chair beantwortet wird. Ich bin gespannt wie ein Regenschirm. Heute machen wir eine Analyse, bringt der WM-Boykott. Ich hab es schon mal gesagt und sage es wieder, Demokratie funktioniert einfach nicht. Hallo YouTube. Nein. Eigentlich wirklich wahr. Danke für 100 Bits. Ja, hier, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on. 10 Jahre, für diese ganze Lüge. Danke schön. Heute machen wir eine Analyse, bringt der WM-Boykott. Spannend, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich bin ehrlich, Digga. Ich bin Multimillionär. Fühl ich. Oh nein. Oh, er ist wirklich in Katar. Ich hab doch, ich hab doch gesagt, der, der, der schleimt sich da ein und um die Kohle zu kriegen. Ich hab's doch immer gesagt. Okay, bevor eine Minute Fragen gestellt werden, wo ich grad chille, ich bin grad in Katari, Bob, Marley, Doha, okay? Sehr, sehr wichtig. Was aber noch viel wichtiger ist, es gibt... Hallo YouTube. Schon abonniert und Glocke gedingst? Ja, mach das mal. Dankeschön für die 100 Bits. Ich wieder Merch. Passend zu Weihnachten ist der Merch-Shop unter klangangang-shop.de Kommt zu Twitch-Menschen von YouTube. Hier könnt ihr diesen Linksgrün-Versiff-FTR-Gutmenschen mit Geld davon abhalten, auf beliebige Dinge zu reagieren. Habt euch ganz doll. Was war das noch? Ach, egal. Danke, lecker Falafel. So, ah, der Klangang-Shop. Der ist natürlich super. Da kaufe ich nur noch ein. Hier jetzt gibt's zum Beispiel so ein T-Shirt. Das ist richtig gut. Und dann zeigt der Klangang da mit dem Finger auch drauf. Das hat mir am besten gefallen. Und ich würde euch raten, jetzt diesen Shop direkt mal anzugucken. Unter klangang-shop.de Bewerf den Streamer mit Geld, um ihn zu treuen. Linder gewinnt doch. Danke, Juli Moon, für das Verlängern des Abos und diesen originellen Alert. Dankeschön, Code Red, für die 100 Bits. Also hier gibt's wirklich tolle Produkte zu fairen Preisen, wo man sich denkt, Junge, Junge, wie konnte ich jemals ohne? Das löst alle Probleme, die es irgendwo mal gab. Tipptopp, Simbambino, kauft das jetzt auf klangang.de oder so. Aktuell läuft ja die Fußball-WM in Katar. Und im Vorhinein gab es viel, viel, viel Kritik an dem Turnier. Abgesehen von ApoRed, aber zu dem kommen wir gleich. Ich gehe aber mal davon aus, dass ihr es im Vorhinein mitbekommen habt. Tausende Tote beim Stadionbau, moderne Sklavenarbeit, Frauen haben keine Rechte, LGBTQ-Menschen haben keine Rechte, Korruption bei der Turniervergabe. Ach nee, das wusste ich gar nicht. Ist das jetzt moralisch schwierig, dass ich da dieses Placement von dem Sportwettenanbieter angenommen habe und nach Katar fliege, um dort um Geld zu... Also gut, ne? Sagt da eben ja auch keiner. Gut. Der Umweltaspekt von klimatisierten Stadien in der Wüste. Und immer wieder wurde aufgerufen, diese WM doch zu boykottieren und bloß nicht zu gucken. Und ich habe mich gefragt, hat dieser ganze Boykottaufruf eigentlich wirklich was gebracht? Diese ganze Debatte im Vorhinein und Diskussionen und Beiträge gucken jetzt wirklich weniger Menschen Fußball. Und falls ja, bringt das was? Ich habe blöderweise die Befürchtung, dass es... Also ich glaube, in Deutschland wird es wahrscheinlich so aussehen, als ob es weniger ist. Aber höchstwahrscheinlich gucken einfach viel weniger Leute jetzt Fußball, weil Deutschland raus ist. Ich wünsche mir einen krassen Effekt, damit man dieser ganzen korrupten Loge da auch mal richtig in den Arsch treten kann. Aber ich glaube, der Hans Günther, der lässt sich seinen Fusi nicht wegnehmen. Habe ich so ein bisschen Angst vor. Dazu also eine kleine Analyse. Ganz anders. Ach nee. Noch so ein Linker. Ach Mann, oh. Hallo Dara, grüß dich, du entzückendes kleines Schnubbelwesen. Dankeschön für deinen Rate mit einer Million ZuschauerInnen. Klänkern fragt sich, ob der WM-Boykott wirklich was gebracht hat. Das ist doch spannend, oder? Da gehen wir nochmal zusammen rein. Setzt euch hin, ihr lieben radikalen Demokraten. Hier gibt es jetzt ein frischer Content-Kuchen, ist gerade aus dem Ofen genommen worden. Und ihr dürft, wenn ihr ganz lieb fragt, noch die Rührstäbe ablecken. Wir sind hier unerwünscht. Nein, nur du. Mit der Kritik sieht das aber unser alter Freund ApoRed. Denn der hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Lasst Katar in Ruhe. Ach so, ja. Ey, wenn er das sagt. Denn nach seiner Meinung reicht das auch mal mit der Kritik an Katar. Ist jetzt wirklich mal genug hier? Jetzt ist es auch endlich mal gut, Leute. Ich finde gut, dass er das zu entscheiden hat. Ich kenne jetzt so einige Statistiken. Die sind jetzt auch nicht alle 100% approved. Der eine sagt, wir haben 3.000 gestorben, der andere 6.000. Ja, ist wirklich so. Ich finde, erst ab 4.000 ist es irgendwo bedauernswert. Insolvento, grüß dich. Aber ich habe damals in dem ApoRed-Video schon gesagt, der macht jetzt einen auf White Knight für Katar. In der Hoffnung, dass die den da mit Cash überschütten. Und was passiert in der nächsten Story? ApoRed ist seltsamerweise auf einmal in Katar. Das gibt es ja gar nicht. Ob jetzt ein paar tausend Menschen mehr gestorben sind, whatever. Was soll's, komm. Aber seine Begründung, warum wir jetzt Katar endlich in Ruhe lassen sollen, was die Chinesen mit den Uiguren machen, ist noch viel schlimmer als das, was in Katar passiert. Ja gut, dann können wir leider nie wieder irgendwas kritisieren. Okay gut, ich schaue mal kurz nach den Videos von ApoRed zum Thema Uiguren. Warte. Finde ich jetzt erstmal nichts. Das ist auch erstmal nichts. Hier könnte aber, ja guck mal hier. Ne, hier ist auch nichts. Guck mal, ne ist auch komisch. Komisch, ich habe gar kein ApoRed-Video zum Thema Uiguren gefunden. Das ist ja seltsam. Hm. Gerade auch. Aber man muss sagen, auch Deutschland kommt bei ApoReds rundum schlagt nicht besonders gut weg. Und das, obwohl er doch hier lebt. Junge, halt mal deine Schnauze. Katar ist wahrscheinlich 100.000 Mal besser als Deutschland oder so. Krass, 100.000 Mal, das ist viel. Wie er wohl auf diese sehr konkrete Zahl gekommen ist. Denn nach meiner Berechnung kommt das nicht so ganz hin. Aber klar findet man Katar auch besser im Vergleich zu Deutschland, denn in nur einem der beiden Länder läuft ein Insolvenzverfahren gegen den allerechten... Oh, der war saftig. Ah, Klenkahn. Ui, der war aber... Das war aber ein saftiger... Oh, pikant, aber auch aus der Pfeffermühle direkt in die Augen, ne? Uh, Bruder. Der, ui, 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 ui. Der zieht. Peng, peng. Ein ApoRed. Aber gut, wenn du Katar doch so geil findest, geh doch einfach hin. Ich bin ehrlich, Digga, Katar, fühle ich. Ich bin gerade in Katari, Bob, Marley, Doha, okay? Ja, ah, 6.000 Tote. Einfach auf Insolvenzverflüchtendenhasen angelehnt, oder was, Digga? Katar, wieso bist du am Start, Digga? Hm, fühle ich. Und, äh, ApoRed hat noch ein neues Wort gelernt. Goofies, 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 Goofies. Ja, das auf jeden Fall dazu. ApoRed ist bei Katar also voll am Start. Freut uns. Aber wie sieht's eigentlich mit dem Rest von Deutschland aus? Um das vergleichen zu können, schauen wir uns einfach mal die Einschaltquoten der letzten WMs im Vergleich an. Das ist natürlich jetzt alles sehr spekulativ und durch nichts irgendwie zu begründen. Aber wenn ApoRed wirklich so viel Kohle beiseite geschafft hat, hätte ich zumindest in einem hypothetischen, theoretischen Szenario eine Idee, wo dieses Geld eventuell hingekommen sein könnte. Also, sehr theoretisch und ohne belastbare Beweise einfach mal in den Raum hinein spekulieren, ne? Vielleicht ist er faktisch wirklich Multimillionär, Digga. Der leichte, der leichte kontenverschiebende Hase. Das ist in der Plural von WM. WM-en. Und im Vergleich dazu sind die Quoten dieses Mal wirklich schlecht. Die TV-Quoten des ersten WM-Spiels der Deutschen. 2006 20,1 Millionen Zuschauer. 2010 27,9 Millionen. Okay. 2014 26,3 Millionen. Holy shit, Alter. Das ist ein Viertel von unserem Land. 2018 26 Millionen. Und dieses sogar mehr. Und jetzt sind's... Jetzt sind's... 15 Millionen. Mal 9,2... Ui! Stark! Ey, 9 Millionen sind zwar immer noch viel, aber guck dir das an. Auf der auf ganz boykottierender Hasenbasis angelehnt ins Negativ hineingeslidet, Digga. Quotenrückgang ist doch am Start. Mit Quoten-Moten im Basement, Digga. Junge, da heißt es, ein Boykott würde nix bringen. Guck dir das an. 3 Millionen. 9 Millionen ist für Fußball ziemlich wenig. Klar, absolut gesehen immer noch eine große Zahl. Und ja, das Spiel war auch... Ja, wenn man das mal in Relation setzt, auch für alle, die jetzt gerade auf YouTube zuschauen. Also alleine hier im Livestream habe ich gerade 14 Millionen Zuschauer. Und ich spiele hier gerade keinen Fußball. Also das ist schon ein Unterschied. Auch unter der Woche um 14 Uhr. Aber nicht mal 10 Millionen für ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei einer WM. Hör auf so talki-talki zu reden. Wärst du leid, dass du mich jetzt von der Seite an, du Goofy hier. Ich bin der Main-Charakter in meinem eigenen Game, Digga. Was soll das jetzt hier? Hier, Permabahn ist direkt am Start. Ist wirklich kacke. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viel ARD und ZDF an Fernsehrechten für Fußball bezahlen. Beziehungsweise wir ja alle über unseren Rundfunkbeitrag. Kleiner Vergleich dazu. Wetten, dass oder Tatort wurde von mehr Menschen gesehen. Junge, ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Leben schon mal Tatort gesehen habe. Das ist für mich auch so Inbegriff deutscher Kartoffelkultur. Tatort und Wetten, dass alle beide hier mit. Ja, ja, mal lieber hier. Servus, ja, ja. Claudia, Schiffer, ja. Darf ich dir mal hier an den Oberschenkel fassen? Ja, ja, servus, ja. Man muss dazu sagen, bei den anderen beiden Gruppenspielen, viel mehr gab es ja nicht mit Deutschland, sind die Quoten deutlich gestiegen auf 17 Millionen. Aber auch, das ist im Vergleich immer noch nicht gut. Wie gesagt, 26 Millionen in den Jahren davor. Das ist einfach ein Drittel weniger. Und das waren ja nur die deutschen Spiele, die tendenziell sowieso immer ein bisschen beliebter sind in Deutschland. Ich fürchte, dass ein Problem oder ein Punkt könnte wirklich sein. Kenne dich von YouTube, Hallo Teufels Audio. Ich kenne dich von Twitch. Ein Problem könnte wirklich sein, dass es keine Biergärten gegeben hat, wo sich der deutsche Michel quasi hineinpflanzen kann und dort seine Hektoliter an Bieren vernichtet. Vielleicht ist das wirklich ein Grund. Na gut, das ist ein bisschen Corona, aber das ist ja eh vorbei. Bei den Spielen der anderen Länder ist es noch viel schlechter. Im Schnitt wurden die Spiele der Gruppenphase im Vergleich zu WM 2018 von 50 Prozent weniger Menschen gesehen. 50 Prozent von 9,25 Millionen auf dieses Mal nur 4,8 Millionen. Ja, soll noch mal einer sagen, die Kritik im Vorhinein hat nichts gebracht. Und es gab tatsächlich auch manche Spiele, die eher so bei 3 Millionen Einschaltquote lag. Portugal-Ghana? Wer wollte das denn verpassen? Ich habe kein einziges Fußballspiel gesehen. Neulich, als wir in dem Pub waren, lief einfach Golf. Er lief einfach Golf, als wir im Pub gesessen haben. Und dann lief Last Christmas, diesen Abend verflucht. Einfach nur mal zum Vergleich. In Deutschland hatte das Random-Spiel Polen-Kolumbien in der Gruppenphase 13 Millionen Zuschauer. M'lady? Dankeschön für 6 Monate. Dagegen sind 3 Millionen in der Gruppenphase scheiße wenig. Oder noch mal zum Vergleich. Jetzt am Sonntag hatte Skispringen nur 300.000 Zuschauer weniger. Skispringen... Das ist auch ein ganz spannendes... Ich habe mit Sport... Sport ist generell nichts, was mich interessiert, obwohl ich irgendwas mitkriege. Ich wusste nicht mal, dass Skispringen überhaupt ist. Und dann frage ich mich, wer guckt denn gerne Skispringen? Gibt es Leute, die sich zu Hause treffen und sagen... Das ist Wendanerwald. Der fliegt wie ein Adler. Hinaus, irgendeine Freiheit. Gibt es gar nicht, oder? Skispringen ist Beste. Midigolf ist nice. Ja, ich... Ja, Johannes Zange, du guckst dir Skispringen an. Aber selbstverständlich. Du guckst dir Skispringen in der Damenmannschaft an, weil die da alle Röcke tragen oder so. Deshalb guckst du Skispringen. Immer 4-Schanzen-Tournee. Ja, 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 ja. Ich berechne immer die Parabel nebenbei. Beste. Dart-WM hat heute angefangen. Stark. Dann muss ich den Stream jetzt leider ausmachen und zur Dart-WM rüberraiden. Alter. Es lässt sich also sagen, quotentechnisch läuft die WM dieses Jahr in Deutschland ziemlich kacke. Und dabei geht es nicht nur um irgendwelche lustigen Zahlen oder Balken, sondern um das Wichtigste für alle FIFA-Funktionäre. Geld. Geld. Liebe Geld. Sehr. Aber mein Twitch-Livestream-Publikum unglaublich geizig, ne? Heute nur 80 Subs in einem Stream. Pah. Da fragt man sich, ne? Für wen macht man das überhaupt? Geld. Man verdient ja mit Reichweite. Und in der Werbebranche verkauft man die Reichweite natürlich im Vorhinein. Hey, unser Fußballspiel gucken 10 Millionen Menschen. Gib uns ganz viele Euronen und dann kannst du Werbung für dein Produkt machen. Wenn jetzt aber nicht 10 Millionen gucken, sondern nur 5 Millionen, ist halt nur die Hälfte. Und dann hat man für die Hälfte der Leistung den gleichen Preis gezahlt. Das ist schlecht. Und finden Werbepartner nicht unbedingt so geil. Wenn man ihm... Only 5 Dollar. Die Alte ist so geil. It's only 5 Dollar a month! Der Bait grüßt, ne? Fühlt euch bitte nicht gebaitet. Ist alles gut. Nachhinein sagen muss, ah ja, wer konnte das nur absehen, dass jetzt leider nur die Hälfte der Leute zugeguckt haben. Sorry, hättet ihr mal Werbung bei Skispringen gemacht. Dazu kommt das Ganze hin und her mit der One Love Armbinde und allem. Es wurde ja von vielen gefordert, dass die deutsche Nationalmannschaft ein Zeichen für Toleranz setzen soll. Ja, da muss ich auch mal ganz kurz mal ein Zeichen für Toleranz setzen. Jetzt müsstet ihr stark beeindruckt sein von meinem Engagement, von meinem politischen. Jetzt müsstet ihr eigentlich Diktatur in Katar auch spontan beendet, oder? Und am Ende hatten wir dieses komische Mundzuhalten-Foto. Ja. Und Rewe, als sehr großer Sponsor vom DFB, hat gesagt, ganz ehrlich, kein Bock mehr auf dieses unmoralische Hin und Her. Und hat spontan aufgehört, Fleisch und tierische Produkte zu verkaufen. Ne, Rewe beendet Zusammenarbeit mit DFB. Na gut. Kann man nix machen, ne? Hat die Kooperation mit dem DFB mit sofortiger Wirkung beendet. Ja, wir sind raus, komm. Auch hier sind dadurch Millionen verloren gegangen. Und wenn selbst Uli Hoeneß sagt, ja so ganz... Auch nicht wegen der Binde, ne, ne, die haben mal ganz reguläre Verträge gekündigt. Aber machen da jetzt halt ein Marketing-Ding draus, ne? Die sagen, ja, wir haben ja also lieber hier und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Man muss auch die kleinen Dinge loben. Da gibt's aber nix zu loben. Ganz geil fürs Image ist die WM in Katar doch nicht für den Fußball. Dann heißt das schon was. Und wenn wir eins wissen, dann das Geld wirklich für FIFA-Funktionäre das wichtigste und geilste auf der Welt ist. Hier auf deutscher Ebene ist also wirklich viel passiert tatsächlich. Ein Drittel bis die Hälfte weniger Zuschauer. Sponsoren springen ab und sagen, ah, ganz ehrlich, lieber nicht. Und eigentlich könnte man das Fazit ziehen, ja, so richtig erfolgreich war diese WM irgendwie nicht. Viele Menschen fanden das ziemlich kacke. Besser nicht nochmal machen. Ja. Ja, das wird sich bestimmt bei der nächsten WM in Indonesien oder so. Ich glaube, in Indonesien geht gerade der neue Unrechtsstaat auf. In Indonesien ist es jetzt so, dass die Leute nicht miteinander schlafen dürfen, bevor sie verheiratet sind. Und die dürfen nicht mal in der gleichen Wohnung leben, wenn sie nicht verheiratet sind. Die dürfen nicht mal im gleichen, also gesetzt dem Fall, dass ihr mit eurem Partner, Partnerin nach Indonesien fliegt und dort in dem Hotelzimmer zusammennächtigen wollt, dann geht das auch nicht. What? Ja, doch, Touris dürfen das. Na, die werden es wahrscheinlich den Touris dulden, weil es einfach um Kohle geht. Aber ich denke mal, mit diesem neuen, mit diesem neuen übergriffigen Unrechtsstaat haben wir doch jetzt schon den Austragungsort der nächsten Weltmeisterschaft im Fußball gefunden, oder? Ist doch eigentlich, ist doch cool. So Demokratie. Und wenn wir da hingehen, dann werden die noch viel demokratischer. Eigentlich, aber das wird erst verfolgt, wenn ein Familienmitglied es anzeigt. Das macht es natürlich besser. Das stimmt, dann ist es eigentlich ein cooles Gesetz, ne? Das ist natürlich schon cool. Starkes Gesetz eigentlich auch, ja. Hoffe, wir kriegen sowas in Deutschland auch. Das war ja nur in Deutschland. Ja, äh, wie sieht denn das denn in anderen Ländern so aus? Naja, nicht so gut. Oder eben sehr gut. Je nachdem eben, wen man fragt. Zum Beispiel die FIFA, die hat jetzt die ersten Quotenzahlen veröffentlicht im internationalen Vergleich. Und international sind die Quoten richtig geilofanto. Das Spiel Japan-Costa-Rica wurde in Japan von über 36 Millionen Menschen gesehen. Das sind durchschnittlich 74% mehr Zuschauer als alle Gruppenspiele 2018. Äh, ja gut, die FIFA wird sowieso sagen, dass das ein Erfolg ist. Da muss man leider von ausgehen, dass die FIFA sich da wieder schön in die eigene Tasche lügt und sagt, Da sind die Leute ja viel demokratischer da in Katar. Und jetzt haben die ja auch ganz viele Fußball-Arenen. So, das hat denen so gut gefallen mit dem Fußball. Die reißen die schon während des Spiels wieder ab. Cool. Spanien-Deutschland wurde in Spanien von fast 12 Millionen Menschen gesehen. Das war 65% besser als alle Gruppenspiele 2018. Niederlande Ecuador war mit 76% Marktanteil in den Niederlanden die meistgesehene Fernsehübertragung dieses Jahr. Das Spiel Portugal gegen Uruguay wurde in Portugal von mehr Menschen gesehen als jemals ein WM-Spiel zuvor. USA gegen England war in den USA das meistgesehene Fußballspiel aller Zeiten. Scheiße, das wird wirklich ein Erfolg sein bei der FIFA. Das wird leider... Ach, scheiße, nee. Das heißt, die werden sich wirklich am Ende auf die Schulter klopfen und sagen, Na, alles richtig gemacht. Den Deutschen, die meckern eh so viel, ne, den kann man ja gar nicht recht machen. Ach, scheiße. Junge, in so Ländern wie USA, die spielen, die wissen gar nicht, was Fußball ist. Und wenn das da auf einmal so viele Leute gucken, da werden die sich richtig einen drauf scherbeln. Man muss an der Stelle übrigens mal kurz sagen, Das ist ein exzellentes Video von Klenkranes. Also richtig, gefällt mir richtig gut bisher. Richtig schön. Leicht zu konsumieren und schön verdaubar. Und auch die Spiele von Argentinien mit 81% Marktanteil. Besser als jedes andere Spiel 2018. Es wirkt fast so, als würde hier international jeder fucking Rekord gebrochen werden, der nur geht. Und die FIFA-Funktionäre müssten sich nochmal ein paar Extrataschen so an die Hose nähen, damit die ganzen Geldbündel da rein können. Man kann also sagen, Quoten-Boykott-technisch steht Deutschland international relativ alleine da. Und es ist schade, dass solch ein wichtiges Thema mit so einer... Ist euch übrigens aufgefallen, dass er ein neues Mikrofon hat? Er hatte vorher, hatte er das gleiche wie ich, also vorher hatte er diesen Rode Podcaster oder Procaster. Jetzt hat er einfach still und heimlich auf so ein individuelles Mikrofon umgeschaltet, was sonst keiner hat. Das Shure SM7B. Das habt ihr wahrscheinlich bei noch keinem anderen Streamer oder YouTuber irgendwo gesehen. Das ist wahrscheinlich das unbeliebteste Mikrofon aller Zeiten. Aber es ist vom Design her, es ist besonders schön, finde ich, weil es hat hier dieses außenliegende Kabel. Das ist fest verbaut, hier und hier, komplett fest verbaut. Und wenn man jetzt dieses Kabel zum Beispiel mal abreißt oder so, dann ist das ganze Mikrofon kaputt. Das 350-Euro-Mikrofon hängt quasi an diesem seidenen Kabel. Ist optisch sehr schön und auf jeden Fall nicht gefährlich in der Funktionalität. Reichweite in anderen Ländern gar kein Thema ist. Worüber hier wochenlang diskutiert wird, juckt die Menschen in den USA, in Japan, in Portugal nicht so wirklich. War die Kritik also an dem ganzen Turnier völlig umsonst? Nein. Erstmal, auf moralischer Ebene ist so eine Kritik immer wichtig und richtig. Und am Beispiel von Rewe sieht man, dass sowas durchaus was bringen kann, wenn auch nur auf nationaler Ebene. Und ey, das sind auf nationaler Ebene. Kann man gleich noch eins kaufen. Eins in den Chat, wer von euch ist Streamer, Hand und hat immer für den Fall der Fälle ein zweites SM7B bei sich in der Schublade. Eins in den Chat. An aller Ebene im Fall von Deutschland auch immer noch 80 Millionen Menschen. Vielleicht müssen einfach erst ein paar Länder damit anfangen, damit andere dann irgendwann nachziehen. Denn Deutschland ist immer noch der größte Fußballverband der Welt. Ja, der hat schon durchaus ein bisschen Einfluss auf Menschen in Entscheidungspositionen. Vielleicht sehen wir in Deutschland den Fußball auch einfach ein bisschen anders. Nämlich so wie die ihn da oben sehen. Das kam unerwartet. Wolfgang, da bist du ja. Grüß dich. Nämlich als politisches Werkzeug für Geld und Macht. Und das wird auch bestimmt nicht das letzte große Sportturnier sein, was an totalitäres Regime oder ein Land ohne allumfassende Menschenrechte geht. Und dafür... Nö, wird das auf keinen Fall. Das ist ja das Problem. Das Problem mit so Skandalen ist ja auch, wenn der im Vorfeld echt gut behandelt wurde, dass er in ein paar Wochen niemanden mehr interessiert. Ist dann ja einfach vorbei, ne? Hast du nicht mehr den Nachrichten, Katar? Und dann, was ist noch? Keine Ahnung. Fußball bin ja nie interessiert. Passiert kein Schwanz mehr, was dann passiert. Und dann haben wir in sechs oder sieben Jahren haben wir dann Fußballwärme in Nordkorea. Und da gehen wir das gleiche Prozedere wieder durch. Es wird sich nie was ändern, solange es dabei um so viel fette Kohle geht. Und dieser ganze DFB-FIFA-Verein so unglaublich korrupt ist, wie das nun mal ist. Für die Zukunft wissen wir jetzt schon mal Bescheid. Vielleicht muss einer irgendwie mal anfangen, was zu sagen, damit sich auch in Zukunft was ändern kann. Weil, ey, ganz ehrlich, ich hab nicht so Bock darauf, dass tausende Menschen sterben müssen, nur dass ein paar Millionäre gegen so einen Ball treten können. In der Wüste. 2024 ist die EM in Deutschland. Wann ist die da? Von den Grünen? In der Wüste. 2024 ist die EM in Deutschland. Die EM. Okay. Deutschland ist doch auch so eine Diktatur, oder? Haben zumindest die Spinner vorm Reichstag gesagt. Die haben gesagt, hier gibt es auch keine Menschenrechte und Impfzwang und so weiter. Es soll keine Meinungen, keine Meinungsfreiheit geben und so. In Leipzig. Ja, ich fürchte. Ich bin gespannt, wie die Quote da aussehen wird. Und, ob Rewe wieder am Start sein wird. Was ist eure Meinung zu der ganzen Sache? Habt ihr euch die Spiele angeguckt? Demokratie. Habt ihr gesagt, nee, komm, ich lass das dieses Mal. Eure Meinung, sehr gerne, unten in die Kommentare. Ich muss jetzt noch zu Rewe einkaufen. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Starki, quacki. Okay, das war doch wieder ein sehr schönes Video von Klengarn. In wunderschönen kleinen Häppchen zubereitet und mundgerecht, man möchte schon fast sagen, vorgekaut, dargebietet. Auf einem Teller unserer Wahl. Dankeschön für dieses Video. Und dankeschön, dass ihr das auf YouTube geschaut habt. Wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, www.twitch.tv.com, dann könnt ihr da dabei sein. Dann könnt ihr viel mehr Zeit mit mir verbringen, als es euch lieb ist. Und könnt zugucken, wie ich, Millionärssohn, hier von vielen Leuten im Internet mit Geld beworfen werde. So ein Angebot, oder? Von daher, tschüss YouTube. Macht's gut. Bis bald auf Twitch. Bis bald auf Twitch.